willkommen malzeit hallo liebe mystery und liebe history freunde ich habe anfang november 2023 hier auf den mystery falls kanal ein video hochgeladen und zwar über die angeblich älteste pyramide der welt eine archäologische sensation so wie es geklungen hat die natürlich auch sehr schnell viele kritiker auf den plan gerufen hat aber ich fasse es noch einmal hier kurz zusammen und das video das entsprechende video vom november 23 werde ich euch unten in der beschreibung mal verlinken da gehe ich ein bisschen umfangreicher darauf ein aber worum ging es nun es geht um einen berg nennen wir ihn mal so und zwar auf west java in indonesien der nennt sich gunung padgang eine beeindruckende kult städte oder auch megalithische städte auf der insel dieser berg diese struktur dort hat fünf terrassen reicht rund 100 meter in die höhe und das alles sieht sehr künstlich erschaffen aus mit treppen mit stufen die diese einzelnen ebenen verbinden und in der mitte dieses berges ist ein vulkanischer hügel der diente mehr oder weniger so als grundgerüst für diese darauf errichtete stufen pyramide oder terrassenstruktur das ist sehr ähnlich auch in ägypten zu finden bei der weltberühmten hier ob sie hat auch einen felsenkern wo diese pyramide drauf gesetzt wurde das soll auch jeder fall gewesen sein und diese städte ist schon sehr lange in der diskussion und auch in der spekulation da offensichtlich dort auch stützmauern zu finden sind und unzählige megalithin sechseckige säulen die so bis zu 300 kilo wegen stehen obendrauf und auch auf anderen terrassen und auch einige sind runtergefallen überall so verstreut erst 1891 hat der niederländische historiker roger fairbeek oder roger ich weiß nicht wie man ihn ausspricht aber diese städte mal kurz erwähnt und dann wurde es sehr still um diese ruinen städte bis zum jahre 1979 da hat die lokale bevölkerung die dort lebt in indonesien mal so die öffentlichkeit auf diese struktur auf diese stufen gebilder oder auf diese stufen pyramide videos nehmen möchte darauf aufmerksam gemacht und so ab Anfang der 1980er jahre gab es dann erste renovierungen ausgrabungen archäologische forschung datierungen und natürlich auch spekulationen und das rückte auch mehr und mehr in den fokus der alternativen historiker wenn wir es so ausdrücken möchten und seit zehn jahren seit 2014 ist diese städte dort sogar eine nationale städte von indonesien und hier ist es erstmal sehr erstaunlich wenn man das auch in den vergangenen jahrzehnten immer mal so beobachtet hat diese dieses objekt dort diese städte diese pyramide das ist schon sehr spannend im sinne von datierungen denn diese datierungen wann das alles erbaut wurde dort in fernen südostasien die unterscheiden sich gewaltig enorm unterscheiden die sich das muss man hier wirklich doppelt unterstreichen denn es wird davon gesprochen all das sei so im fünften sechsten jahrhundert errichtet wurden oder vielleicht vor 2000 jahren so um die geburt christi vielleicht also im jahr 0 oder vielleicht schon von 9000 jahren oder von 20.000 jahren oder sogar bis zu 25.000 jahren in mehreren etappen allerdings es wurde nicht in einem ruptat hingesetzt aber daran sieht man ja schon hier werden mit jahrtausend mit jahrzehnt tausenden wird er quasi um sich geschmissen und wenn man mal an kippel idee bedenkt ich zeige mal hier so ein paar bilder kennt ihr natürlich alle das ist ja so quasi das älteste heiligtum der menschheit was wir so als megalin bauwerk so offiziell kennen 12.000 jahre 13.000 jahre da unterscheiden sich so die datierung etwas in anatolien wirklich sehr beeindruckend das zeigen ja diese videoaufnahmen die ihr gerade sieht auch sehr schön aber vor allem in sachen grundung padank da sind die forschungen von denny hillmann sehr sehr spannend der schon seit jahren dort vorstellt ein geologe und erdbeben forscher aus indonesien und er hat schon vor elf jahren 2013 genauer gesagt auf c14 datierungen hingewiesen also radiocarbon datierungen die sagen das alles sei vor 20.000 jahren hier in indonesien errichtet worden ein zitat von ihm das wird immer wieder angeführt auch in der literatur über alternative geschichtsschreibung da heißt es dann immer ganz gerne klingt verrückt aber die daten sehen nun mal so aus und die kritiker haben schon damals gesagt ach das ist eine spinnerei fand dass da rei diese radiocarbon datierungen die seien mehr oder weniger aus den fingern gesogen oder schlampig während sie proben genommen wurden dann schlampig analysiert worden und das alles sei mehr fantasie als tatsächlich archäologie der archäologe peres kassier der hat sogar beispielsweise 2017 in einem umfassenden bericht über diese ruinenstädte geschrieben das sei alles völlig aus dem zusammenhang gerissen und sei pseudo archäologie aber im oktober letzten jahres im oktober 2023 hat das team um hillmann mal ihre ganzen ergebnisse zusammengefasst und in einer sehr sehr umfangreichen studie publiziert all das findet ihr unten in der beschreibung verlinkt und sie sind ganz sicher neben den radiocarbon datierungen und bodenradar probe bohrungen elektrische widerstandsmessungen endotomografie und all das seien sie sicher hier ist die älteste stufen pyramide der welt und das sei in mehreren etappen über viele jahrtausende errichtet worden und ursprünglich gehe das 20.000 jahre zurück oder sogar 25.000 jahre und diese studie als jeder publiziert wurde deshalb machte ich damals dann auch dieses besagte video was hier halt unten verlinkt finde vorfinden werdet da kann man sehr schnell die kritiker und skeptiker und sagten genau das gleiche wie seit jahren der fantasiert sich da was zurecht das ist doch blödsinn es gibt da überhaupt keine spuren einer solchen zivilisation einer solchen hochkultur vor 20.000 jahren sagen wir einfach mal so da hätten diese menschen die dort lebten in diesem gebiet noch in höhlen gewohnt es gibt keine steinmetzarbeiten die so quasi mehr oder weniger typische sind für eine hochkultur die so etwas hätte errichtet können und deshalb hätten die sich das alle aus den fingern gesogen oder haben halt tatsächlich wie gesagt schlampig gearbeitet aber diese studie wurde tatsächlich publiziert in einem anerkannten magazin ich glaube sie zu 100 seiten lang habe so ein paar ausschnitte zeige ich ja immer und bilder aus dieser studie nicht diese ganzen 100 seiten wäre ein bisschen zu viel aber diese studie als sie publiziert wurde hat dann viele kritiker auch an ihm auf den plan gerufen und so hat sich dieses fachmagazin und der herausgeber dieses fachmagazins einfach mal dieses diese untersuchungsbericht noch einmal vorgenommen und habe ihn nun offiziell wieder zurückgezogen ich zeige mal so sieht dieses statement aus eine gute kleine erklärung nur aber dieser artikel vom 20 oktober 23 hätte halt große fehler aufgewiesen die damals übersehen wurden und zwar eben diese radiocarbon datierungen diese c 14 datierung von den bodenproben da ist es zum beispiel diese datierung werden angewandt wurden auf bodenproben die nicht mit artefakten oder merkemalen in verbindung gebracht wurden die zuverlässig als anthropogen oder von menschenhand interpretiert werden konnten also ganz klar demnach sei die datierung als erste pyramide dieses planeten rundum schlichtweg falsch die proben wurden aus erdschichten genommen in denen es überhaupt keine spuren gibt von menschlicher bearbeitung oder auch menschliche artefakte das heißt also wenn ihr mal so in euren garten geht oder so und ihr bord mal ein paar meter in die erde hinein nimmt dann eine bodenprobe lasst dort eine ein organisches material dann ist eine radiocarbon datierung anfertigen und da stimmt kommt dann aus 30.000 jahre alt ist diese bodenschicht wo hinein gebohrt hat und dann könnt ihr natürlich nicht sagen wenn er keine menschlichen artefakte sind hier haben vor 30.000 jahren in meinen garten schon menschen gelebt denn es müssen natürlich auch andere funde dort sein was man dann halt mit von menschen gemacht wie in diesem falle in verbindung bringt das ist ganz klar nachvollziehbar ich denke mal das wisst ihr auch alle aber das forscherteam das damals dann am 20 oktober diese studie publiziert hat die sind natürlich damit überhaupt nicht einverstanden dass ihre studie ihre untersuchung so als fehlerhaft zurückgezogen wurde und so haben sie auch ein kontra gegeben ein kurzes kontra und zwar auf facebook haben sie es veröffentlicht mit der überschrift der ungerechtfertigte rückzug bahnbrechender forschung damit ist halt deren eigene studie gemeint und sie sprechen hier von tiefer enttäuschung von den zweifeln die dort eingereicht wurde bei dem magazin von anonymen personen also quasi anonyme leute hätten das magazin geschrieben macht das ist alles quatsch das wieder raus und so und da wäre dann das magazin und die magazin herausgeber darauf angesprungen aber sie schreiben auch der widerruf basiert ausschließlich auf unbegründeten behauptungen dritter die eine andere meinung vertreten und die beweise analysen und schlussfolgerungen anzweifeln sie hätten überhaupt keine gegen beweise vorgelegt zu ihrer studie das sei schlicht unfair und wäre auch eine schwerwiegende zensur in sachen wissenschaft und in sachen wissenschaftliche community und wissenschaftliche austausch die sprechen also ganz klar ihr artikel wäre zensiert worden sehr wichtig ist auch sie verweisen darauf dass die proben eindeutig aus erdschichten entstanden in denen spuren und konstruktionen von menschenhand ebenso vorhanden gewesen sind also dieser vorwurf deshalb zurückgezogen wurde den weisen sie explizit und entschieden zurück und sagen nein wir haben hier von menschen gemachte artefakte gefunden quasi ein paar zentimeter daneben dann organisches material gefunden und das haben wir mit einer radio carbon datierung so entsprechend datiert sie verweisen in ihrem kurzen facebook statement auch auf verschiedene quellen auf dokumente die sie auch dort verlinken und die findet ihr auch unten in der beschreibung dieses videos verlinkt da könnt ihr euch diese alle einmal herunterlagen e mail korrespondent zum beispiel und natürlich auch den original bericht von damals vom herbst letzten jahres den haben sie dort auch verlinkt und unter anderem sagen sie auch dass die kritiker und skeptiker und zweifler die zu dieser zensur wie sie sagen geführt haben erst einmal irgendwelche geologischen belege vorlegen sollten wie so eine struktur überhaupt natürlich entstehen konnte darauf warten sie nämlich das hätten sie überhaupt nicht als widerlegung dort irgendwie publiziert denn es ist ja wie gesagt für sie von menschenhand gemacht 20 25.000 jahre alt dann von 9.000 jahren gab es auch zum beispiel eine bauepoche und vor wenigen jahrtausenden also in verschiedenen epochen sei das errichtet worden vielleicht ganz grob mit dem bekannten stonehenge vergleichbar weil das stand nicht einfach so da wie wir heute die reste dort sehen sondern wurde auch über jahrtausende also über 1000 jahre wurde daran gebaut umgebaut und also etwas so sei es hier auch in indonesien gewesen so meinte ich das aber natürlich wird jetzt dieser streiten wahrscheinlich in die nächste runde gehen ich sagte damals schon im ersten video warten wir mal bis die kritiker kommen und darauf anspringen weil es ist ja überhaupt ist bekannt dass in indonesien irgendwann einmal vor zehntausenden von jahren eine hochkultur existierte die die erste stufe pyramide der welt da hin pflanzte und die dann heute spurlos also wirklich absolut spurlos verschwunden ist und so warten wir mal die nächsten monate und wochen ab ob es noch weitere statements gibt weitere analysen oder belege außer die ich unten verlinkt habe halt weiter vorgelegt werden und so wird die diskussion um eine versunkene kultur in südostasien wohl noch wahrscheinlich sogar die nächsten jahre ins land ziehen und immer wieder pro und kontra sich abwechselt was natürlich sehr spannend ist das ist ja das einen rätseln archäologie rätsel der geschichte mystery falls hier wird das eine so interpretiert kritiker sagen nein das ist alles quatsch und blödsinn was du da redest und irgendwie bullshit und dann bringen sie andere argumente und beweise vor und so wechselt sich das ja gerade bei den kontroversen themen immer mal wieder abflucht ja eigentlich auch für andere mystery falls themen und grenzwissenschaftliche themen ja überaus interessant wie ich finde ich habe darauf gewartet ob irgendwann diese studie zurückgezogen wird oder mal eine gegendarstellung publiziert wird und jetzt ist es halt soweit gewesen in diesen monat und wenn euch solche mystery themen solche kontroversen themen interessieren gern ein abo hier das gibt mir auch mal ein feedback und glaubt ja auch das ist jetzt zensur wissenschaftliche zensur gewesen und lasst auch gern einen großen dicken daumen nach oben hier für dieses video dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten video euer las b Vielen Dank.